Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Normalerweise mache ich solche Videos jetzt nicht. Normalerweise beschäftige ich mich nicht großartig mit Politik. Normalerweise gibt es nicht hier so ein News, Aufruf, sonstiges Video. Aber diesmal habe ich mir gesagt, Artikel 13 ist so wichtig. Ich mache jetzt hier ein Video, ich verbreite das, ihr dürft das gerne teilen ohne Ende. Verweisen auf andere Sachen, die das noch deutlich besser erklären. Also worum geht es eigentlich? Artikel 13, hallo schönes Lichter im Hintergrund. Artikel 13 oder auch für viele im Endeffekt der Synonym für einen möglichen Uploadfilter. Aber steht zwar nicht so im Gesetzestext, wäre aber die sehr, sehr wahrscheinliche Konsequenz. So, vorneweg, ich kenne mich in der Materie nicht hundertprozentig wirklich gut aus. Ich verweise gerne unten in der Videobeschreibung auf gute Quellen. Unter anderem, sehr gut berichtet hat, Herr Newstime. Dann, ganz wichtig, die Internetseite www.save-the-internet.info. Dort bekommt ihr Informationen. Außerdem habe ich dann noch ein paar Videos drin. Den Organisator von Demos etc. pp. So, apropos Demos. Am morgigen 23. Februar gibt es eine Demo in Köln. Am Neumarkt, 13 Uhr ist Start. Wer irgendwie in der Nähe von Köln wohnt oder irgendwie dahin kommen kann, kommt vorbei, setzt euch für ein freies Internet ein. Ich meine, wir sind keine Bots. Wir wollen keinen Uploadfilter. Der Uploadfilter kann keine Lösung sein. Und aus meiner Sicht müssen wir das stoppen, was da geschieht. So, Uploadfilter. Warum Uploadfilter? Artikel 13 und überhaupt. Was ich verstehe, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, ist Artikel 13, Schutz des Urheberrechts gewissermaßen. Wir müssen so gut wie alle Internetseiten aussehen. Es gibt so minimale Ausnahmen, jünger als drei Jahre und bestimmte Einnahmen, Aufrufe, aber vernachlässigbar aus meiner Sicht. Und im Endeffekt soll sichergestellt werden, dass die Plattformen, zum Beispiel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, schieß mich tot, müssen eigentlich, bevor irgendwas geteilt wird, ein Beitrag online gestellt wird, muss sichergestellt sein, dass der, der das macht, auch die Rechte daran besitzt. So, manch einer wird jetzt sagen, wenn ich das zum Beispiel meinen Eltern erzähle, Großeltern, Bekannten, ich sag mal, der nicht typischen Internet-Generation, sondern eher so Merkel-mäßig Internet-ist-Neuland-Generation. Es gibt natürlich immer noch genügend Ausnahmen dort, aber ich sag mal, es gab Umfragen, wo sich gezeigt hat, je jünger, desto mehr sind Gegen-Upload-Filter und je älter, desto weniger Gegenstimmen sind, wir sagen positiv Stimmen, beziehungsweise, vielleicht haben die auch einfach keine Ahnung, denken sich, es ist mein Beispiel immer, ähm, ach, es gibt einen Artikel 13, es geht um Urheberrechte, die müssen geschützt werden, ja klar, das muss natürlich geschützt werden, ja, ich bin natürlich dafür für einen Artikel 13, ja klar, das muss doch geschützt werden, Urheberrecht, ja, bin ich bei, das wird es nur aktuell ja auch schon, wenn ich hier in YouTube irgendwas hochladen würde, wo ich Urheberrechte verletzen würde, es gibt so ein Content-ID-System, was auch nicht fehlerfrei funktioniert, ähm, dann bekommt man, äh, hier, nennst du dich Strike oder was auch immer, da wird, da wird hier gegen vorgenommen, wir sind ja nicht gegen Urheberrecht, wir sind ja dagegen, wie es umgesetzt wird und die Konsequenz aus Artikel 13, dass vorneweg das geprüft werden soll, also, es gibt zwei Möglichkeiten, man lässt erst gar nicht mehr zu, dass irgendwas geteilt wird, Zensur, oder, naja, kann man Zensur sein, keine Ahnung, es ist, es bringt, bringt ja da nichts mehr, äh, oder man kann nichts mehr machen, oder vorneweg muss ein Filter her, der sagt, ich gucke mir jetzt dieses Bild, diesen Videoausschnitt an, ist da irgendwas Urheberrechtlich geschützt, und ich bin so ein bisschen aus dem Bereich der IT, kenne mich da ein bisschen mit aus, und wer auch noch ein bisschen Menschenverstand und ein bisschen sich damit beschäftigt und mal drüber nachdenkt, das funktioniert nicht, das ist brutal, da was zu basteln, so ein Upload-Filter, das kann erstmal keine Website für sich machen, das müssen die riesengroßen Konzerne machen, sagen wir mal Amazon, ähm, YouTube, Facebook, solche, solche Unternehmen können das eigentlich nur machen, weil, das ist ein hochkomplexes Thema, das geht nicht einfach so, dass man sagt, ja, äh, ja, das, das, ja, ist von dem und dem, ist ja ganz klar, zack, raus, hast du recht, ja, nein, das funktioniert nicht, tut mir leid, äh, ähm, und dann kommen mir gerne Politiker, was auch, Leute kommen da mit Vergleichen an, und da denke ich mir, nein, das, wir sind da noch nicht so weit, vielleicht irgendwann, irgendwann in einer fairen Zukunft, mag sowas möglich sein, aber, nein, nicht jetzt, nicht in naher Zukunft, nicht, nicht mal für, aus meiner Sicht in mittelbarer, äh, Zukunft, nein, so, und, heißt, wenn so ein, ein Filter würde ja, wenn dann so einer gebaut wird und dann kommt, wäre der tendenziell so ausgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, ein Fehler passiert, im Sinne von, es wurde, äh, etwas nicht, äh, verhindert, hochzuladen, weil, äh, weil es, ähm, Urheberrechte, urheberrechtlich geschützt ist, wenn so ein Fehler passiert, da wurde aus Versehen was hochgeladen, äh, es wurde was durchgegangen, das wird so einen Filter verhindern, die werden eher mehr rausfiltern, wo man sagt, hm, ist gar nicht geschützt oder so, als dass, äh, mehr Sachen hochgehen, deswegen, hm, hm, ich kann, ich kann es mir eh, äh, ganz im Ernst, es, es, es wirkt, dieses Thema wirkt für mich selber total surreal, ich kann, es kommt bei, es, es, es kommt mir, es ist pure, gefühlte, pure Satire, die knapp 2000 Leute auf der Demo in Köln sollen, oder die, äh, waren ein Mob, da ist alles friedlich verlaufen, es wird nix darüber groß, äh, Radio Köln, morgen ist wieder eine Demo in Köln, ich habe nichts davon gehört, nichts, das kriegt man nur über das Internet mit, weil da sind ja die Betroffenen, alles andere, wenn ich irgendwie mal mitfinde, Artikel 13, keine Ahnung, was das ist, deswegen auch, aus meiner Sicht, ich habe keine große Reichweite, das weiß ich, trotzdem, wenn ich nur einen dazu kriege, dass der ein bisschen drüber redet, ist es mir das ja schon wert, sprecht mit euren Eltern, mit Verwandten, mit Bekannten, mit gleich, sprecht mit allen, wo es möglich ist, wo ihr nicht wisst, ob die es kennen, und, äh, informiert die, klärt die auf, die große Koalition hat aktuell einen Koalitions, ähm, hat ihren Koalitionsvertrag gebrochen, weil die der Sache als aktuell zugestimmt haben, so verstehe ich das jetzt zumindest, mit meinem geringen Politiker, Politikwissen, und, äh, CDU, CSU, SPD, bitte was, ein, es ist ja eine Sache aus meiner Sicht, Wahlversprechen, die sind ja eh schon schall und rau, aber einen Vertrag, etwas Geschriebenes zu brechen, das geht gar nicht, und, äh, ist, sowas macht mich wütend, ich war bisher noch nie auf einer Demo, hab mich irgendwie, weil mir meist da auch Wissen drüber fehlt, oder, Politik war draußen, keine Ahnung, aber, das ist jetzt gerade so dieser Moment, wo ich sage, das schränkt die, es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja dann EU-weit, äh, das schränkt einen, das geht nicht in meinen Kopf, wie man, wenn das, wenn das durchgedrückt wird, der Artikel 13, so wie er aktuell ist, weiß ich nicht, wie das Internet in einem Jahr oder sonst wie aussehen soll hier, ich kann mir es nicht vorstellen, ich will es mir auch nicht vorstellen, deswegen werde ich morgen auf die Straße gehen, erstmalig in meinem Leben und wenn du in der Nähe von Köln bist und auch dich dafür einsetzen willst, ich will jetzt hier keinen zwingen, keineswegs, aber wenn du dich dafür einsetzen willst, geh auch auf die Straße, wir sind ein Fried, wir sind friedliche Bots, die Petition, die fast 5 Millionen Unterschriften, äh, auf change.org, ich muss kurz gucken, dass ich mich nicht verhaspel, äh, verspreche, sind Bots, weil alles von Gmail-Konten kam und, das ist ja von Google gemacht und die IT-Giganten instrumentalisieren uns junge Leute ja eh, ganz im Ernst. Ich frage mich, ich habe mich ja schon oft bei Politikern gefragt, was die sich da denken, aber bei diesem Thema, da kommt man ja nicht mit Argumenten gegen an, die sind ja, ich, ich kann es nicht verstehen. Also, selbst wenn ich eine Meinung nicht teile und sage, ich will trotzdem Upload-Fitter, warum auch immer, man kann doch zumindest mal in eine sinnvolle, sachliche Diskussion gehen. Und da auch noch mein Appell, wenn ihr mit Leuten redet oder wenn ihr morgen zur Demo geht oder zu einer Demo am 23. Dritten, da sind europaweit Demos angekündigt, ich packe in die Videobeschreibung, ich habe hier, ähm, äh, es gibt, stand jetzt noch Demos zum Beispiel am 23. März in Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Koblenzer Brücken, äh, Erfurt, Karlsruhe, Karlsruhe hat es schon, ne? Ne, Karlsruhe, Berlin. Dort gibt es überall Demos. Wenn ihr euch dafür ansetzen wollt, geht da hin. Friedlich, sachlich, wenn euch Leute ansprechen von der Straße, erklärt denen, worum es geht, was, auch wenn ihr keine Ahnung habt, wie ich gerade so viel von dem Thema, äußert eure Bedenken, wofür habt ihr Angst, weil das ist ein subjektives, das ist meinungs- und das kann man ja noch alles sagen. Und, ähm, ja, wie gesagt, informiert Leute, teilt es gerne, teilt auch gerne das Video hier oder teilt andere Videos von größeren YouTubern, ähm, in Newstime, wie gesagt, informiert, gut, ähm, der, ich pack auch ein bisschen was von Twitter mit rein, wo ihr Sachen folgen könnt, wie der aktuelle Stand ist, ähm, Petitionen auch noch unterschreiben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, ansonsten zur Demo gehen, Leute informieren, sachlich aufklären, friedlich bleiben, weil wir sind die friedlichen Bots. Fleisch gewonnene, friedliche Bots. Und, ähm, ich finde, wir sollten Nein sagen. Nein zu Artikel 13. Und, ja, wie gesagt, weitere Informationen in der Videobeschreibung, teilt es gerne, macht selber gerne Videos, äh, wenn ihr YouTuber seid, oder sonst was, macht Statements, teilt es. Und, ja, das Thema ist wichtig. Ja. Ich bin morgen in Köln, für euch übrigens, wenn es, wenn ihr, ähm, morgen nach Köln kommen wollt, morgen 23. Februar, der Samstag, ab 13 Uhr am Neumarkt in Köln, ist vom Kölner Hauptbahnhof fußläufig erreichbar, für die, die nicht aus Köln kommen, ähm, geht dann zum Ottoplatz, das ist in Deutz, andere, äh, andere Seite, von dort, ich sag mal, Deutz, Deutzer Bahnhof ist auch ein Riesenbahnhof, äh, in Köln, neben dem Hauptbahnhof, auch fußläufig zum, ähm, Kölner Hauptbahnhof. Heißt, wenn ihr da so ein bisschen Bedenken habt, wegen Anbindung, pipapo, ist alles sehr gut geregelter. Und sonst, äh, fragt einfach Leute vor Ort, wir Kölner, ähm, wir sind, äh, oder allgemein, die Community, die Leute, die auf die, die Demonstranten, die Bots, sind friedlich, nett und helfen, beziehungsweise, wahrscheinlich kannst du dir auch eigentlich, äh, ganz einfach mit, äh, Google Maps helfen, selber, du kennst dich ja aus dem Internet, Internet ist für dich halt kein Neuland. Und, ja, das soll's gewesen sein, es ist, immer eine Viertelstunde geworden, zu einem für mich sehr, sehr wichtigen Thema, ich hoffe, ich hab jetzt grad nichts vergessen, in meiner, in meinem Redeschwall, und, ja, ich wünsch euch noch, trotzdem, einen schönen Tag, vielleicht sieht man ja irgendjemanden, äh, morgen in Köln, ich würd mich freuen, ich bin auf jeden Fall dabei, mit ein paar Leutchen und, dann schauen wir doch mal, dass wir es schaffen, dass wir diesen blöden Artikel 13 stoppen, in diesem Sinne, macht's gut, euer Raket-Nieti, der Bot.